Das Balancieren ist die Grundlage für alle Bike-Moves. Wer die Balance für mehrere Minuten halten kann, schafft die stufende Serpentinen und schwierige Passagen ohne Probleme. Beim Balancieren stehst du waagerecht auf den Pedalen und hältst deinen Körperschwerpunkt vor dem Trettlager. Die Schultern sind direkt über dem Lenker. Mit beiden Händen an der Bremse und Druck auf dem vorderen Pedal kannst du jetzt versuchen, deine Balance zu finden. Damit möglichst ruhig auf dem Velo stehen kann, ist es wichtig, dass du vorausschust und dir einen Punkt suchst, den du fixieren kannst. Beim Ausgleichen der Balance solltest du allzu heftige Bewegungen vermeiden und nur ganz leicht gegensteuern. Zum Balancieren üben gibt es unzählige Möglichkeiten unterwegs, zum Beispiel an einer Kreuzung beim Warten. Paul Harman üben没有 An bump. pm körperschwerpunkt musik auf dem